Hallo, willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Das ist eine sehr lukrative, äh, nein, lukrativ ist das falsche Wort, ähm, innovative war das Wort, das ich gesucht habe, an Mod. Ich hab irgendwie erwartet, dass du reinschreist, weil du immer reinschreist. Okay, Kalle schreit nicht rein. Wir spielen weiter und, äh, ich geh jetzt einfach, ich durche jetzt einfach B zurück und wir gucken, was passiert. Wir sind, glaub ich, grad bei der Omi. Mit vollem Mund spricht man nicht. Ich sprich die ganze Zeit mit vollem Mund. Ja, ich weiß. Du rühst. Schön, dich zu sehen. Ach, ist es wieder soweit? Sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu, dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Werwolf. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das kann die andere uns auch wieder wegmachen. Das war cool. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Und wie immer entscheidest du. Wie immer entscheide ich. Willst du noch was sehen mit mir? Ja, ich will noch was sehen mit dir. Mehr sehen. Ja, der wird ein Wehrwolf. Der wird richtig strong. Der wird ein richtig krasser Wehrwolf. Du verabschiedest dich also. Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Aber was soll immer dieses Wehrwolf-Gehabe? Niemand hat gesagt, dass es Wehrwürfe sind. Das ist ein Wehrwolf, was uns angegriffen hat. Nein. Natürlich. Das war viel zu unhaarig. Du bist Spieler 1. Ach so, ich bin Spieler 1. Natürlich. Wehrwürfe müssen nicht haarig sein. Hast du mal einen nackten Wolf gesehen? Ja. Okay. Lykantropie beschreibt die Verwandlung in ein anderes Viech, wo du dich nicht mehr kontrollieren kannst. Und Freunde und Familie nicht mehr unterscheiden kannst. Aber ein Wehrwolf ist haarig. Muss nicht. Ein Wehrbär ist auch haarig. Muss nicht. Doch. Das kommt auf die Mythologie drauf an. Aber in erster Linie ist es nur die Verwandlung in ein großes, starkes, brutales Ding, das alles tötet. Aber wenn es ein Wolf ist! Nein, muss nicht. Ach, so ein Blaber. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war... Fuck. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Mitfühlend, wie geht es dir? Dankbar geht schon. Wir sind mitfühlend. Wir sind der süße Guy. Der süße Guy. Du, wie geht's dir? Ich bin der süße Guy. Schon gut. Okay. Sie suchen nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, ähm... Oh, äh, da war noch eins in Mr. Hs Büro, also zum Schutz. Ich find's gut, dass sie das hat. Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denk ich. Was? Wollen Sie zum Radio schuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Das ist vielleicht gefährlich, beruhigend. Pass bitte auf. Ich bin vorsichtig. Ich bin der nette Guy. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau. Deshalb will ich nachsehen. Ja, sie ist krass. Also, sie müssen wir durchbringen. Also, du. Liegt ja an dir. Ich darf ja nicht spielen. Es tut mir leid. Ich spiele, sagt ja immer, ich darf nicht spielen. Möchtest du? Nein. Möchtest du? Ja. Catelyn, das ist die Coolste. Ja. Ja, wenn man das über sich selbst sagt, ist überzeugender Klinkmann. Ich versuch mir das auch einzureden, dass ich der nette Guy bin. Du wolltest mich verarschen, aber das klappt nicht. Da liegt Blut, ne? Es tut mir leid, dass ich so eine massive Klugschösserin bin. Das ist doch kein Blut. Es ist viel zu hell, um Blut zu... Du hast dich gerade selbst gefickt. Ja, aber es ist auch kein Blut. Es ist viel zu hell, um Blut zu sein. Es ist irgendeine Feder oder irgendein Ding. Blut würde auf Holz einfach viel dunkler aussehen und durchsickern. Weil das so ein Holzboden mit Rillen ist. Ja, ich kann nicht anders. Ich entschuldige mich dafür, dass ich eine elendige Klugschösserin bin, aber ich höre nicht auf. Doch, bitte. Ist das spannend. Ja, ist es. Ich glaube, der Dude ist nicht böse. Hast du schon mal gehört? Ja, als ob er sie nicht sieht. Hier ist niemand. Finde sie und loote sie. Und meld dich danach, Bobby. Und loote sie? Ich habe auch loote sie verstanden. Das war sehr gut. Ja, aber das hört man ja trotzdem, wie sie da rum... rennt. Äh, war es zu früh oder was? Ja. Aber das rote war schon weg. Ja, aber war, glaube ich, trotzdem zu früh. Oh, fuck. Gut, dass wir ihnen die Waffe gegeben haben. Ah, cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Also, es ist einfach ein geiles Erlebnis. Es tut mir leid. Also, das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und am Start des Camps. Und da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach nochmal wiedersehen, weißt du? Oh, sorry, Nick. Was... was hast du gesagt? Wow. Unsicher. Ich schütte dir mein Herz auszuversichtlich. Sorg dich nicht um Caitlin. Hm. Wir machen ja keinen Vorwurf draus. Sie ist verwirrt. Hey. Sorg dich nicht um Caitlin. Was denn? Wir machen ja keinen Vorwurf draus. Sie ist verwirrt. Tut mir leid, Nick. Ich bin abgelenkt. Abgelenkt ist nicht verwirrt. Verwirrt. Es passieren super viele Dinge. Es ist stressig. Sie wurde angegriffen. Verwirrt ist doch schon die nächste Stufe. Das haben wir hier auch safe. Verwirrt. Neugierig. Ich habe das Gefühl, es hätte mehr passieren können. Verbittert. Ich verstehe dich nicht. Ich finde beides nicht gut. Aber wir versuchen es mit ruhiger. Ich kann mich auch täuschen. Aber ich hatte das Gefühl, dass... Vorhin mehr zwischen uns beiden hätte passieren können. Nun... Hättest du dir gewünscht, dass mehr passiert? Was? Bist du dumm? Sorry. Ich meine... All das Feingefühl dieser Welt hilft diesem Rüppel nicht. Bist du dumm? Ich bin sicher. Du auch willst. Das scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt? Das ist so ein blöder Zeitpunkt, ey. Wirklich. Männer und ihre Pimmel. Ich glaube schon. So ein fucking Rüppel, ey. Nur weil ich verletzt bin. Nick. Was ist denn da draußen los, Katelyn? Versteck dich. Ich schaffe dich. Schon okay. Ich schaffe das. Oh mein Gott. Was ist los? Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch. Jetzt Stärke. Verstecken. Schnell. Der Dude hat ein kapottes Bein. Wir brauchen gar nicht versuchen zu laufen. Jetzt müssen wir das Fenster offen. Vielleicht glaubt er, dass wir durchs Fenster abgehauen sind. Oh Gott. Wir können so gar nicht so lange die Luft anhalten. Bitte? Ich glaube, ich kann gar nicht so lange die Luft anhalten. Echt nicht? Mittlerweile nicht mehr, ne? Corona hat mich gefickt. Ich kann mir halt vorstellen, dass du, wenn du unter Adrenalin stehst, das doch recht gut hinkriegst, wahrscheinlich. Also ich glaube, man darf seinen Körper nicht. Oh mein Gott. Möchtest du Dylan sein? Nein. Du bist Dylan. Im Radio-Schuppen gibt es also echte Technik. Ich dachte, dass... Ja, du hast ja doch eine getötet, ne? Oh ja, ja. Oh gut. Ich habe als echter Radiosender genutzt. Weirdo, Ginger. Technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio an Barte gehen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie. Sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Genauso wie Tarkov. Ist das etwas, das du später mal machen willst? Technologie oder Tarkov? Ich meine, ähm, DJ oder Musik. Oh, ähm, ja, ich meine, ich mag Musik, aber ich dachte an ein Studium der, ähm, Quantenphysik. Warte, was? Deine Kameraführung ist grandios. Ja. Da war was. Du wirkst nicht gerade wie ein... Wissenschaftler. Schon klar. Ich meine also, nicht, nicht hier. Ähm. Wie wirken denn Wissenschaftler, du vorurteilst... Freundchen? Dumm. Ja, das ist einfach eine blöde Aussage, wirklich. Also, aber das habe ich auch jetzt, auch bei, ne, nur bei dem hier. Tut, tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich, ähm, mache das zu Hause. Und, ähm, hier bin ich... Bist du, ähm, klugscheißer Klassenclown? Ich finde es so komisch, wie die miteinander reden. Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und habe sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Sie stehen aufeinander. Ja, steht auf ihn, zumindest. Deswegen ist er so komisch. Aber nein, ich meine, alle Dialoge sind mega weird. Ist das halt so... Ich weiß ja nicht, ob es an der deutschen Synchron liegt, oder... Ich glaube, es ist Klischee US Teenage Girl People. Ja, aber ich finde es echt anstrengend. Ja, aber die sind so. Naja, eigentlich bin ich. Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Okay, das war knapp. Oh, shit. Ich bin Ryan Ryan. Ich bin Ryan Ryan. Also zumindest, ich hatte ja ein... Von der Schule aus waren wir 14 Tage in Amerika. Oder 12 Tage. Und da hatten wir auch einen Austausch mit Amis. In dem Alter. Und ich finde, die sind wirklich... Also close. Die haben wirklich solche Gespräche geführt. Die waren auch wirklich so... Nein, mir geht es einfach um generell... Nicht was die sagen, sondern auch wie es gesagt wird und die ganze Mimik und so. Ich finde es einfach... Es fühlt sich mega komisch an. Und was zum Teufel ist da hinten los? Das ist wahrscheinlich so Lichtstrahlen, die sich auf dem roten Stein sammeln. Weil das ist ja ein rotes Gestein gewesen. Weil ich höre auf zu klugscheißern. Das war offensichtlich eine rhetorische Frage. Das sieht doch aus, als sollst du da hingehen. Ja. Da hinten war auch das Gesicht. Bitte? Kannst du schaukeln? Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um zu schaukeln. Ich würde voll gern schaukeln. Wieder schaukeln. Geht nicht. Was sollen wir heute noch essen? Wir haben doch gerade erst gegessen. Ja, also das war ja so Mittag-Brunch-Frühstück-mäßig. Aber du möchtest nur noch was Richtiges essen? Was Großes? Ja. Weiß nicht. Marquette. Nein. Warum nicht? Nein. Käse von... Nein. Dann schnack du was vor. Ja. Was denn? Gleich nachher im Supermarkt. Alter Digga, ey. Ui, der hat geblubbert. Ich habe gerade geguckt, ob man drüben auch hin kann. Aber ich glaube, wir müssen zu dem Gebäude da drüben, weil da war auch dieses Gesicht drin, falls du dich erinnern kannst. Ich nicht. Doch. Oh mein Gott! Mann, Kalle, hör auf, dich über mich lustig zu machen. Also, dieses Spiel ist vieles, aber nicht gruselig. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Ich hoffe, mich liebt irgendwann jemand so sehr wie Pia Raclette liebt. Also, bevor ich nach Deutschland gezogen bin, hatte ich Zeiten, da habe ich vier bis fünf Mal in der Woche Raclette gegessen. Also, offensichtlich liebe ich Kalle sehr viel, dass ich das jetzt nicht mehr tue. Das ist doch ein Gesicht. Das ist doch ein Gesicht. Das ist doch eindeutig ein Face und das ist ein Dude und ein Körper. Siehst du es? Das ist doch ein Gesicht. Ja, aber ihr seht das doch auch. Alles gut. Guck mal. Alles gut. Da sind die Augen. Ja. Und da ist die Nase. Guck doch zumindest hin. Ja, ja. Du hast vollkommen recht. Da sind die Augen. Da ist die Nase und da ist der Mund und da ist das Kinn. Und hier hast du genau die gleichen Augen. Dann hast du hier den Schatten, den die Nase wirft. Das ist ein Ohr. Das ist das ganze Profil vom Kopf und das ist der Oberkörper. Du kannst mir doch nicht sagen, dass du das nicht siehst. Aber ich glaube, es ist scheißegal. Meine Güte, du willst mich einfach nicht ernst nehmen. Was soll ich denn da ernst nehmen? Das sind Dudes. Junge, als ich das letzte Mal in die Wolken geguckt habe und da irgendein Hase gesehen habe, da war ich drei. Aber es ist ein Horrorspiel. Ja, aber juck doch nicht, was der Stein für eine Form hat. Links ist ein Gesicht, rechts ist ein Dude. Ja, okay, schreib es ins Notizbuch. Ratschbon. Mein Ex hat Raclette mit Nudeln ohne Kartoffeln und Gouda gemacht. Ich bin innerlich gestorben. Deswegen ist das wahrscheinlich der Ex. Ich hoffe, das ging nicht zu nah. So, wir essen doch die Raclette mit Nudeln. Nur bei Max. Ja, aber ohne Kartoffeln und ohne Gouda. Also ohne Käse und ohne Kartoffeln. Nein, da steht nur ohne, also da steht ohne Kartoffeln und Gouda. Ja. Ja, das heißt ja nicht, dass es zum Beispiel, du isst ja auch kein Raclette-Käse, sondern nur Shedda. Ja, Shedda ist auch viel geiler als Raclette-Käse. Ja, aber du brauchst ja auch kein Raclette machen. Nein, das gibt keinen Sinn. Und sicher, einen Moment noch zuversichtlich, okay. Guck mal, da will jemand meinen Platz einnehmen. Äh, einen Moment noch. Okay. Sie sagt einmal was und bin direkt Klugscheißer. Das ist so, ihr seid so verblendet. Was heißt denn verblendet? Ja, einfach Wahrnehmungsstörung. Warum? Ja, weil ich einmal was jetzt gesagt habe und werde als Klugscheißer betitelt. Dabei sagst du selber über dich, dass du Klugscheißer bist. Ich glaube, deswegen sagen sie es über mich nicht, weil ich es ja selber über mich sage. Aber ich will es ja nicht über mich sagen, weil ich es nicht bin. Das ist eine Korde. Der Eremit. Weißt du, wer auch ein Eremit ist? Ja, Naruto. Nee, der andere. Ja, der duert von Naruto. Du hast an den gleichen gedacht wie ich. Schön, schau, so viel verbindet uns. Mach das so spannend. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Eisamkeit, aber Reflexion dazu. Wirklich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an. Nichts seins. Ich habe kein Wort verstanden. Aber ich glaube, damit haben wir jetzt hier alles gefunden. Wir sollten hier uns nochmal umschauen. Ich glaube, das kann ich aber nicht anklicken. Und damit haben wir jetzt alles hier gefunden und gehen wieder zurück. Okay, und jetzt rein, oder wie? Ein Gesicht! Alter. Okay. Du machst mich fertig. Ja, er nennt den kreuzigen Eremit. Ah, wieder Spiele 1. Wahrscheinlich hättest du jetzt dazwischen die Chance gehabt, die Tuster zu spielen. Dann wird es hier umgebracht. Alles gut. Ich kann auch weiter Scheiße labern. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay, okay. Ich richte es kurz ein. Okay. Ich finde das auch gemein von ihm. Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Ähm, das Mr. H. brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Oh, ähm, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Also dafür, dass er den Notruf abgewürgt hat, soll er mit seinem Maul halten. Okay, interessiert. Woher kennst du dich mit all dem aus? Oh, hab's irgendwie aufgeschnappt. Der, äh, Technik-Kram war irgendwie schon immer, ähm, ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht, wie Klettern. Bin dabei, Prof. Wenn du fett bist, ist es leicht, ist es nicht leicht. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Ähm, zwar mit dem Teil. Na, haus. Telefonieren. Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Äh, es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Mauerzeichen. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das, das ist ein SOS. Wir, wir, wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, äh, Angriff. Ist echt übel hier. Ich, wir brauchen Hilfe. Äh, hier ist ein Bären-Schwarm. Und sie sind, äh, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen. Aber auch auf uns. Und... Hallo, wie geht's denn so? Das ist ein Notfall. Und, ähm, wir brauchen dringend Hilfe. Also bitte, hier sind, äh, fiese Bären. Und, äh, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen, SOS. Äh, das ist eine Notlage. Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bären? Schwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Ja, die sind irgendwie permanent immer genervt, ne, vom Anderen. Hallo, wie geht's denn so? Ach, guckst du mal. Ja. Ja, müsstest du doch sehen, da rechts. Ja, nur. Habt ihr Ding über Funk? Aber keine Antwort. Ich geh mal zum Rad. Was hat er, hat er gesagt, Lodge? Ich weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radio-Schuppen bei den Hütten. Der West von ihnen ist verschollen. Stell dich. Ende. Ende. Versorg, die haben uns gemeint, beruhigend. Wir wissen nicht, ob sie uns meinen. Zwei von ihnen sind beim Radio. Natürlich meinen die uns. Ne, vielleicht gab's noch so zwei... Andere Radios? Ne, so kleine Tiere oder so. Vielleicht ist das Ratatouille-mäßig und da sind Mäuse. Oh, scheiße, die haben uns gemeint. Fuck, fuck, fuck. Was für ne Scheiße, Mann. Wer... wie? Wir haben's verraten. Im verdammten Radio. Fuck. Die wissen nur, wie es sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße, scheiße. Fuck. Ey, nicht... nicht durchdrehen, okay? Ähm, lass... lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Okay, ja. Aber das Viech ist draußen. Das müsst ihr doch gesehen haben. Warum warnst du mich nicht, dass da draußen was ist? Aggressiv, fick dich, entschuldigend. Ich war nicht sicher. Was ist mit ihm? Ja, ich glaub, der steckt mit ihnen unter einer Decke. Oder der wusste... Also, er hat das auch gesehen und... Der wollte einfach, dass er jetzt aufgefressen wird. Ich trau dem nicht. Ich... 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 ich war nicht sicher. Mann, fuck. Was war das für ein... Ich weiß es auch nicht. Ja, stimmt mit dem Dude nicht. Irgendwas ist ganz komisch mit dem Dude. Wir laden die Folgen auch wieder hoch. Wir nehmen Parallel mit auf. Es kommt alles auf die Schuhe. Brian? Keine Deckenluke öffnen. Ist das ein Rät? Ich will, dass du mal spielst. Du musst doch nichts machen gerade. Wahrscheinlich musst du jetzt schießen. Aber... Wenn ich das verkacke, sind wir wahrscheinlich tot. Du musst nicht schießen, ne? Ja, ich schieße auch nicht. Ich will mir keinen Schuss verballern, wenn ich ihn nicht sehe. Ich hätte das Reflex fast geschossen wegen dem Staub. Was ist das? Dann wäre es safe reingekommen. Mark? Was? Katelyn, Abby und Nick. Sie kommen den Weg rauf. Oh, scheiße. Sie sind auf dem Weg. Wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay. Ja, ja. Sag, sie sollen sich verstecken. Fuck, nein. Scheiße. Digga. Drückt die Taste. Katelyn, ihr müsst in ein Gebäude. Kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte. Los, schnell. Ich darf das auch nicht hören oder sehen. Also das ist alles so nirgendwo. Mann, Mann, man sieht das nicht zwangsweise. Das macht ja auch Geräusche. Ich glaube, so krass hört man das. Safe. Ich glaube, das hat einen Einfluss, dass wir uns erklären lassen, haben wir das geht. Dass wir jetzt auf den Knopf drücken konnten. Und dass wir nicht beschossen haben. Was jetzt? Weil der Standweg aktualisiert. Verzweifelt können wir irgendwas tun. Aggressiv, wir töten es. Ich würde es nicht töten versuchen. Ich glaube, wir sterben, wenn wir das probieren. Würdest du es versuchen? Okay, können wir denn gar nichts tun? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist nur ein Tier, richtig? Ich meine, vielleicht können wir es verjagen. Äh, äh, ja, wenn es ein Gehör hat. Ich meine, wie ein, ein Hund. Ich meine, wir, wir könnten eine... Große Frequenzstörung. ...frequente Rückkopplung durch die Lautsprecher jagen und aufdrehen. Und, ich meine, das wird richtig schmerzhaft. Was soll's? Unterstützend, tu es. Angespannt, wir töten es. Unterstützend, tu es. Tu es. Oh, ich will hier. So langweilig ist das jetzt auch nicht. Okay, komm, du schaffst das. Fall los. Hab's gleich. Ich würde da nicht am Fenster stehen. Dringend, mach schon, ruhig. Dreh nicht durch, wir sind ruhig. Hey, dreh, jetzt. Nicht durch, du schaffst das schon. Ich versuche ihn ein bisschen weniger zu einem Arschloch zu machen. Ich versuche alle meine Charaktere relatable zu spielen und nett. Etwas fehlt. Ja, musst du wissen, Mann. Aber was? Meine Leben noch. Ja, ist ja gut für dich. Oh, fuck. Das Kabel hat's ja nicht. Marius, ich lenke es ab. Wie er lenkt es ab? Mach schon, los, beeilung. Okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaube, der Arm hängt fest. Was hat der denn gemacht? Der hat versucht, an das Kabel ranzukommen. Das Kabel ist zerrissen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Haltet dich auf, du musst dir abtrennen. Drennt dich auf, drennt dich ab. Verzweifelt, halt einfach durch. Verängstigt, vergiss es. Scheiße. Fuck. Okay, okay, okay. Halt einfach durch. Ich spiel mit der Kettensäge. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja. Nein, mit der Kettensäge haut das nicht hin. Kettensägen schneiden kein Fleisch. Hör auf mit Logik. Nein. Nimm die Kettensäge. Ich will mich das mit der Schrottflinte machen. Hier, spielen Computer spielen. Bitte lass mich das mit der Schrottflinte machen. Kettensäge. Kettensäge. Das wird mit der Kettensäge nichts. Kettensäge schneiden. Kettensäge. Das ist nicht richtig. Das wird zerflischt. Mach es. Hör einmal auf mich. Ich hab vorhin auf dich geholt und es ist schief gegangen. Kettensäge. Nein, ernsthaft. Kettensäge. Alles wollen Kettensäge. Komm. Ich will das nicht mit der... Kettensäge. Kettensäge. Kettensäge ist der falsche... Der stirbt. Ja, egal. Scheiß auf Dylan. Kettensäge. Muss doch sein. Doch, Schrottflinte ist viel besser. Nein. Doch, sicher. Und weg damit. Jawoll. Alter. Er macht Zeit wirklich, Alter. Er macht Zeit einfach wirklich. Oh, das kam. Oh, das kam. Oh, das kam. Was? Oh, das kam. Das Ding. Oh, das. Mach ich. Strecke es in das Ding raus. Der ist für sein Leben geschädigt. Ja, er hätte das auch vorab binden müssen. Der verblutet halt. Was muss ich tun? Die Tasse, die Tasse. Hey. Man macht das nicht mit einer Kettensäge. Lautsprecher Marsch. Das ist doch scheißegal. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Du brauchst halt einen klaren Schnitt, weil so wird das halt so komplett zerfleddert und du machst die ganzen Nervenenten kaputt und der zerblutet. Es ist gerade, also ich brauche jetzt keinen Exkurs. Ich will wissen, was da passiert. Du wolltest es so. Ganz schlechte Idee. Ist es sicher? Mit Schrot kannst du auch nicht schneiden, aber dann ist das zumindest ausgebrannt. Unsicher. Ich weiß es nicht. Beruhigend fürs Erste. Schön. Alter, wie der aussieht. Weiß ich nicht. Das Ding ist weg, aber wir haben Jäger über Funk gehört. Was? Ihr Funksignal war zu hören. Die wissen, dass wir hier sind. Fuck, ist der Notruf raus? Wer weiß, ob ihn wer gehört hat. Klasse. Fragt eigentlich irgendjemand den Dude, wie es ihm geht. Was zur Hölle war da oben? Oh mein Gott. Dylan, was ist los? Ein Arm fehlt. Der Arm ist noch dran. Mir tut es gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Nein. Nun, so ähnlich. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Habs verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Was ist Jägerin jetzt? Eine Jägerin. Das ist wahrscheinlich eine von den Betreuerinnen, die verloren gegangen ist oder so. Oder war sie? Sollten wir ihr folgen? Der wird... Wenn der Schock ausläuft, wird der am Boden liegen und schreien. Scheiße, Dylan, was ist das? Blut, oder? Blut, oder? Oh mein Gott. Emma. Aber wer hat sie vorbeigebracht? Das Viech. Vielleicht mitgebracht. Na, hier. Also darf der Schock nicht aufhören. Adrenalin bis zum Geht nicht mehr rein. Wenn du zu viel Adrenalin reinballerst, dann kann der einen Herzstillstand bekommen. Und auch sterben. Und im Schock kannst du auch sterben. Alle fliehen so wissenschaftlich ran. Spiel doch einfach das Spiel. Mein Gott. Wir haben gerade richtig geil eine Hand abgetrennt mit einer Kettensäge. Und ihr kommt mit Schock. Und man darf das nicht machen. Digga, wir zocken hier ein Game. Lasst uns die Leute abschlachten. Mein Gott. Also wirklich. Denn ich spiel nie wieder was mit euch. Wenn das hier so weitergeht. Oh, willkommen. Gib wohl wieder weniger Gewürrn auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit. Aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der dich verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an. Nicht seins. Wenn ich darf, zeige ich dir mehr. Wäre das in Ordnung? Es ist ja keine Kritik, die ich hier ausspreche. Ich denke ja nur mit. Als der Stream begonnen hat, hatte ich richtig Bock. Und ich hatte schon drauf gewartet. Und jetzt? Bist du enttäuscht? Jetzt finde ich es richtig kacke. Jetzt finde ich euch richtig scheiße. Ich habe drei Monate auf diese Scheiße gewartet. Und jetzt ein T-Abo. Shark-Solot, danke. Danke, danke. Ach, Bärenfalle. Ah. Nein. Geil. Nein. Nice. Ich will mehr Blut sehen. Ich glaube, es sind zwei Jäger. Ich glaube, der eine ist cool und der andere nicht. Also, wenn du immer redest, wenn du da gerade was erzählt wirst, haben wir ein Problem. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Lass uns die Abmutt nehmen. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.